In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Brüche dividieren kannst. Hier habe ich dir einen Bruch dargestellt, und zwar den Bruch 3 Viertel. Den Bruch 3 Viertel wollen wir nun durch 2 dividieren. Das bedeutet, wir teilen nun diesen Bruch einmal in der Hälfte durch. 3 Viertel dividiert durch 2. Die eine Hälfte ist hier blau eingefärbt, und die andere Hälfte ist hier grün eingefärbt. Um Brüche dividieren zu können, brauchen wir nun anstatt der ganzen Zahl, in diesem Fall 2, allerdings ebenfalls einen Bruch. Wir wandeln nun also die Zahl 2 um in 2 Ganze, also steht im Zähler 2, und im Nenner steht 1. Mit diesen beiden Brüchen können wir nun dividieren. Wenn du zurückdenkst an das Video Multiplizieren von Brüchen, dort haben wir 3 Viertel mal 1 Halb gerechnet. Die Darstellung des Bruches war allerdings genau gleich. Dieser Tatsache bedienen wir uns nun. Und zwar bilden wir aus 2 Ganzen nun den sogenannten Kehrwert. Beim Kehrwert tauschen einfach Zähler und Nenner die Position, es werden also aus 2 Ganzen 1 Halbes. Und anstatt zu dividieren, multiplizieren wir nun mit dem Kehrwert. Mithilfe dieses kleinen Trickes, also dem Trick mit dem Kehrwert, können wir nun also Brüche dividieren, indem wir mit dem Kehrwert multiplizieren. In unserem Beispiel haben wir nun 3 Viertel mal 1 Halb, 3 mal 1 ergibt 3, und 4 mal 2 ergibt 8. Unser Ergebnis der Division lautet also 3 Achtel. Um das Ganze noch zu verdeutlichen, habe ich hier nun noch 3 unterschiedliche Divisionen für dich aufgeschrieben. Starten wir einmal bei der ersten. 3 Siebtel dividiert durch 2 Fünftel. Wir bilden wieder den Kehrwert. 3 Siebtel mal 5 Halbe. Wie du siehst, ist es wichtig, dass du beim Dividieren von Brüchen den Kehrwert immer vom zweiten Bruch bildest, dem sogenannten Divisor. Wir überprüfen nun noch, ob wir etwas kürzen können. In diesem Fall nicht. 3 mal 5 ergibt 15. 7 mal 2 ergibt 14. Und wir haben nun 15 Vierzehntel. 15 Vierzehntel ergibt als gemischte Zahl ein Ganzes und ein Vierzehntel. Die zweite Aufgabe rechnen wir nun noch nach dem gleichen Schema. 2 Fünftel bleibt stehen. Und ich bilde den Kehrwert mal 5 und 4. Wie du nun siehst, können wir hier kürzen. Kürzen ist beim Dividieren von Brüchen erst dann erlaubt, wenn du den Kehrwert gebildet hast. Das bedeutet, wenn du die Division in eine Multiplikation verwandelt hast. Wir können hier also wieder kürzen. 2 und 4 lässt sich kürzen. Es bleibt dann 1 und 2. Und wir können 15 und 5 kürzen. Es bleibt dann 1 und 3. 1 mal 1 ist 1. 3 mal 2 ist 6. Und wir erhalten als Ergebnis ein Sechstel. Zu guter Letzt sehen wir uns noch eine Division an, wo der erste Bruch eine gemischte Zahl ist. Diese gemischte Zahl wandeln wir zuerst um in einen unechten Bruch. 2 mal 5 ist 10. Plus 4 sind 14 Fünftel mal 10 Siebtel. Und wie dir bestimmt schon aufgefallen ist, können wir auch hier wieder kürzen. 14 und 7 können wir kürzen. Hier bleibt dann 1 und 2. Und wir können auch 10 und 5 noch kürzen. Hier bleibt auch 1 und 2. Das Ganze multiplizieren wir nun noch. 2 mal 2 ist 4. 1 mal 1 ist 1. Und schreiben diesen Bruch dann noch als 4 Ganze. Diesen Hefteintrag schreibst du bitte wieder wie immer in dein Schulübungsheft. Die Begleitaufgaben zu diesem Video findest du in der Videobeschreibung oder auf meinem Blog Mathematik Rocks. Und ich freue mich auf die nächste Mathematikstunde mit dir.